Der Tag beginnt für jeden Menschen ganz individuell und mit unterschiedlichen Herausforderungen. Durchdachte Lösungen fürs Badezimmer unterstützen uns in allen Lebenslagen und sorgen so für einen guten Start in den Tag. Immer mehr Menschen planen ihr Badezimmer vorausschauend. Sie setzen auf funktionale Produkte, die Komfort in jeder Lebenssituation bieten und gleichzeitig hohe Designansprüche erfüllen. Wir bei Normbau entwickeln mit großer Leidenschaft innovative Care Solutions. Systemlösungen für eine barrierefreie Badausstattung. Nach modernsten Standards und mit viel Herzblut. Seit über 65 Jahren produzieren wir am Fuße des Schwarzwalds für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und private Bäder. Strenge Qualitätskontrollen und regelmäßige freiwillige TÜV-Prüfungen sichern die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Lösungen, die helfen, die Selbstständigkeit zu erhalten und funktional ebenso überzeugen wie ästhetisch. Unsere ergonomischen Produkte bieten maximale Funktionalität und hohen Komfort. So erleichtern sie Patienten und Pflegepersonal die tägliche Hygiene im Bad. Dank intelligenter Logistik und Verwaltung garantieren wir eine hohe Lieferbereitschaft unseres umfangreichen Sortimentes. Wo immer sie auch ihr Projekt planen, wir beraten sie umfassend im Bereich Care Solutions. Herausforderungen können im Leben recht unterschiedlich auftreten. Wir bei Normbau entwickeln mit großer Leidenschaft ganzheitliche Lösungen für ein barrierefreies Leben. Normbau. Passion for care.